Vixic mit den Butterfingers. Sechs Sekunden noch. Schön gesehen. Stark gemacht von Wolf. Jordan Barnes hat jetzt erstmal ein bisschen Zeit. Ein bisschen, aber auch nur. Gut auf Zorro-Match. Was ein Ding! Voll auf die Walfe. Grüße ich ihn raus an Chris Schmidt. Was ein Ding war das denn? Und da sehen wir, wie er die Fans anstachelt. Sehen wir hier auch noch mal im Replay. Wow! Die richtig zwingende Reaktion in der Gießkommar-Offensive jetzt seit den ersten Minuten nicht mehr da gewesen. Schön. Was ein Anspiel von Stefan Funditsch auf Louis Ficke. Freebounce. Hatte schon neun Double-Double in dieser Saison. Und Jordan Barnes. Mit dem nächsten Treffer und den sogar mit Foul. Manchester Martin, gut aufgepasst. Jetzt geht's schnell. Jetzt kann's knallen. Richmond verwirft den Ball. Brauner ist wieder ganz weit schnell vorne beim Fastball. Daniel Kirchner. Gut aufgepasst von Jordan Barnes. Carlo Mixic. Ah, stark. Sechs Sekunden sind's noch. Stefan Funditsch. Mit dem Endone. Stark. Also da waren eigentlich drei Kontakte, die schon vorher hätten Foul sein können. Und der rollt einfach alles aus dem Weg. Also wir sehen's hier. Lahnmüller hält ihn fest. Dibar kommt. Von der Seite kommt noch Kiwimecki mit rein. Ohohohohoho. Da haben sie uns in Rosso vollkommen vergessen in der Defensive, aber er hat eben nicht getroffen. Und das war ihn dann von Kulic. Zorowitsch. Zorowitsch. Kann da gut durchlaufen. Zorowitsch. Kann da gut durchlaufen. Der Kuss von Stefan Funditsch. Und im Moment. Ohohohohoho. Das geht Platz jetzt für Kulic. Seifert bleibt da weg. Ohohohohoho. Mixic. Ohohohohoho. Fünf Sekunden. John Barnes. Natürlich kreiert er sich was. Und dann trifft er. Drei Punkte. Wichtige drei Punkte. Wir sind ja selber auch irgendwie in Nordeuropa und vor allem in NRW. Münsterland. Wir sind jetzt ja auch nicht die Emotionsbolzen. Aber trotzdem freut man sich ja dann, während wir hier sehr taffen Treffer sehen. Sechs Sekunden noch. Gießen kann ausstehen. Ja, sie machen den Weg zum Korb super zu. Und dann ist Funditsch. Wie gegen Adland. Jaaa. Macht er den. Jaaa. Das gibt es doch nicht. Was ist das denn? Jaaa. Jaaa.